So, zweiter Versuch, der hätte beim ersten Mal gut geklappt. Warten wir erstmal. Und jetzt das zu hacken. Ach komisch, diesmal ist das höherwertig. Also sprich, nur diesmal schaffen wir 100%. Gut. Ich würde sowieso das haben. Wenn es 1-5-Status bestätigt, die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert, eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Dann ändert sich das richtig. Zwei Eichhonen. Scheiße. Uh, das wird schwer. Zwei Eichhone. Zwei Eichhonen. Und wir geben uns eine Mosse. Zwei Eichhonen. Einer weniger. Und die ist noch versteckt. Jo, nicht schlecht. Ja, in 3 Minuten ist das größte Problem da an der Seite. Dann nehmen wir uns den Kodex mal vor. Scheiße. Wollte ihn nicht töten. Der dürfte aus dem Feldbus noch was sein. Wir müssen kurz was lesen, ja? Ja. Alles klar. Gehen wir mal da hin. Schießen wir einen Schuss da hin. Und eingehen. Sensoren zeigen Rüstungstreffer. Die Kampfleistung sinkt ohne Munition. Gut, ich könnte Platz jetzt tauschen. Aber es wäre scheiße. Gut. Mit allen Mitteln. Bisschen Schaden. Und tschüss. Mit allen Augen gezeichnet. Mist. Der liegt ja noch. Was? Oh. Genau wie bestellt. Der scheiß Hexer wieder. Ne, das ist der Jäger. Ups. Das gefällt mir. Die Auserwählten werden es uns nicht leicht machen. Köpfe runter und weiter vorrücken. Wir müssen ihre Position erreichen, um sie auszuschalten. Das tut viel. Danke. Dass du mir sorgten, dass du es auch nur mich machst. Wir werden sie langsam nervös. Meine Macht vermisst mich. Wir werden mal raus aus der Säure hier. Ich bin wie eine Gazelle. Okay. Beweis das mal. Ich werde immer schwächer. Du bist überhaupt nicht wie eine Gazelle. Du Depp. Das ist wirklich dumm. Aber eben. Das haben wir vielleicht gleich. Schau, gehen wir da weg. Noch besser. Reiß den mal. Ich kämpfe für meine Leute. Das zählt nämlich bei dem als tot quasi. Dadurch kriegt sie Momentum und kann wegrennen. Das Auto beispielsweise. Der da oben ist weg. Das lass ich jetzt liegen, weil das bringt mir nix gerade. Wösen Schmerzen. Ich bin in Bewegung. Was ist weg? Was ist nix? Sonne Convoi Wie kann so ein Gegner so viele Schüsse einstecken ey? Was ist weg? Hallo, was sagst du da? Edwin scheint seit neuestem auch Ausschussware zu produzieren Eilen ist erforderlich Attivation von Medico Vor allem gegen Gift Affirmative Vor allem für Kugeln oder Licht und manchmal Plasma Ich brauche Munition Sein Zeitlook auch schon cool aus Schön Dadurch das die Vogels hat das Erreißenschaden erhöht worden Wir verlieren gleich Spark habe ich das Gefühl Weiß ich in die Luft gejagt? Sah so aus Interessiert sich überhaupt jemand für mich? Ja ich Wenn du stirbst brauche ich einen neuen Gut Jetzt haben wir noch einen Ausgewählten vor uns Sicher und nachladen Rühren mal von der Säure weg, das ist bestimmt sinnvoll Ah, die weiten Flächen, die frische Luft Und dann wieder Ich bin ein Du wirst nicht wagen Ich bin die Guardia Äh, brüüüü? Gib noch was? ich behalte das gebiet im auge das ist eine große waffe kannst du überhaupt damit umgehen ja sicher kommt auch näher und dann zeige ich sie dir ich habe versagt ich schätze der körper ist erweitbar hat er jetzt das paket bei sich oder was soll das heißen hört er wahrscheinlich ist gerade so außerhalb der reichweite von den da oben schade dann wollen wir mal die angriff starten sie haben lange durchgehalten ich bin ihnen auf der spur und bald stehe ich auf der türschwelle ihrer avenger wir haben den auserwählten im visier schalten wir ihn aus ich wette das schaust du nicht noch mal diese einheit ist ziemlich beweglich ich bin nicht hier um mit spielzeug zu spielen commander ich weiß nicht ob sie den umbringen dadurch schnell etwas immun probieren wir es mal ich vergesse nie ein gesicht besonders keins das mich verwundet hat seien sie auf der hut schon wieder ein templer kult ist der wissen über eine macht vortäuscht die er kaum begreift positione confirmata die kommen du machst das hallo sagte du machst das jetzt sehr schön weg ist er und wieder einer weg Sie haben mich wieder überrascht, Commander. Vielleicht muss ich meine Taktik überdenken. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Hervorragende Arbeit, Commander. Es war kein endgültiger Sieg, aber zumindest haben wir uns die Auserwählten einen weiteren Tag vom Hals gehalten. Das war's für heute. Mal ganz kurz ein Schmerz, was mir nicht voll ist. Advent-Vertreter ließen verlauten, dass das heutige Manöver der Friedenshüter eine planmäßige Übung war. Für unsere Bürger besteht kein Grund zur Besorgnis. Alle Schüsse und Wunden sind rein simulatorisch. Sicher. Aber klar doch. Die Auserwählten der Ältesten sind extrem widerstandsfähig. Trotz unseres heutigen Sieges haben wir noch viel zu lernen, wenn wir sie dauerhaft besiegen wollen. Das ist Park 28 Tage weg. Scheiße. Pulswelle. Reißen erzeugt eine Welle von Psyonischen Energie in Richtung des Angriffs. Der Schaden erhört sich mit Fokusstufe. Das hört sich doch gut an. Dann nehmen wir das auch mal mit. So, ein bisschen verbessern. Hallo Commander. So, perfekt. So, habe ich auf jeden Fall einen Tja, mehr. Wie wir da hingehen, das ist aber nicht großartig. Jetzt sind wir jetzt so sehr geschützte an der Avenger, damit wir uns besser gegen Bodenangriff verteidigen können. Das klingt doch gar nicht schlecht. Die Verteidigungsanrichtung verbessert. So, haben wir einfach mal so Ansofly gemacht. Die können wir auch verbessern, die Krankenstation mit Hypervital-Modul. Machen wir mal. Widerstand, Kommunikationseinrichtung verbessert. Ich verbessere einfach mal alles, ne? Ja gut, das baut schon Energie hier. Gerichtertaktik-Schule. Da haben wir eigentlich so ziemlich alles. Hey. Das ist gut. Nehmen wir das mit. Den können wir nicht verbessern hier. Der ist ja schon verbessert. Der hat sogar schon alles, glaube ich, oder? Ja. Gut. Soweit, so gut. Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020